Das ist Oliver. Oliver ist rundum glücklich. Er hat eine tolle Familie, einen guten Job und ist kerngesund. Es gibt eigentlich nichts in Olivers Leben, was ihm ernsthaft Sorgen bereitet. Doch Moment, was geschieht eigentlich, wenn Oliver zum Betreuungsfall wird? Wer kümmert sich dann um ihn? Wer darf Entscheidungen treffen? Wie sieht es mit den Kindern und den Finanzen aus? Denn Ehepartner und Familienangehörige sind entgegen der langläufigen Meinung nicht automatisch zur Vertretung bevollmächtigt. Liegt keine gültige Vollmacht vor, wird ein vom Gericht bestellter Betreuer eingesetzt. Das heißt, unter Umständen bestimmt dann ein völlig Fremder über die Finanzen, die ärztliche Versorgung oder über die Betreuung der Kinder. Ein weiterer Fallstrick setzt das Gericht den Lebenspartner als Betreuer ein, wird dieser auch wie ein solcher behandelt. Und dann schnappt meist die Betreuungsfalle zu. Denn der Betreuer muss dem Gericht gegenüber genaue Rechenschaft ablegen. Das heißt, das gemeinsame Vermögen wird getrennt. Für die Betreuung darf nur Geld für die zu betreuende Person, aber nicht für sich selbst ausgegeben werden. Es müssen also Anträge für Ausgaben gestellt und viele Entscheidungen zu Gesundheit und wichtigen Angelegenheiten immer mit dem Gericht abgestimmt werden. Das möchte Oliver auf jeden Fall vermeiden. Da er aber den Weg zum Notar oder Anwalt scheut, weil er hohe Kosten vermutet, erkundigt er sich im Internet. Dabei stößt er auf eine Seite, die eine Vorsorgevollmacht und eine Patientenverfügung zum Selbstausdrucken anbietet. Doch Achtung! Solch ein Ausdruck ist in den wenigsten Fällen rechtsgültig. Das heißt, ein Gericht, die Bank oder andere Institutionen werden so ein Formular in den meisten Fällen nicht anerkennen. Um jetzt keinen Fehler zu machen und um vor allem alle gesetzlichen Richtlinien einzuhalten, sollte Oliver auf jeden Fall darauf achten, rechtskonforme Vollmachten und Verfügungen zu erstellen. Genau hierfür bietet Jura direkt in Kooperation mit Freien Rechtsanwaltskanzleien Lösungen an, die es Oliver leicht machen, seine Vollmachten und Verfügungen rechtskonform zu erledigen. Der persönliche Jura-Direkt-Ansprechpartner informiert Oliver dann darüber, welche Wünsche und Vorstellungen er in seine Vollmachten einfließen lassen kann. Die rechtliche Gestaltung und Erstellung der Vollmachten, die inhaltliche Überprüfung sowie die rechtliche Beurteilung und Bewertung von Olivers Angaben übernehmen dann kooperierende Rechtsanwälte nach den von Oliver festgelegten Inhalten. Das Ergebnis von Rechtsanwälten erstellte und geprüfte verbindliche Vollmachten nach den persönlichen Vorstellungen von Oliver. Damit seine Vollmachten und Verfügungen dann auch in späteren Jahren im Fall der Fälle rechtskonform wirksam sind, bietet die Jura-Direkt einen jährlichen Update-Service an. Dieser garantiert dann zu jeder Zeit die Aktualität der Vollmachten und Verfügungen von Oliver. Nun muss sich Oliver keine Sorgen mehr machen, denn mit den Lösungen der Jura-Direkt hat er seine Vollmachten und Verfügungen jetzt und in Zukunft rechtskonform im Griff. Und wie haben Sie für den Fall der Fälle vorgesorgt? Nehmen Sie am besten noch heute Kontakt mit Ihrem persönlichen Jura-Direkt-Ansprechpartner auf und vereinbaren Sie einen Beratungstermin. Jura-Direkt-Ansprechpartner auf und vereinbaren Sie einen Beratungstermin.